Ecoma Dichtungstechnik GmbH und CoKG – der Garant für innovative und qualitativ hochwertige Hydraulik- und Pneumatikdichtungen, die in allen Bereichen von Maschinen-, Anlagenbau und in der gesamten Instandhaltung erfolgreich eingesetzt werden. Durch unser technisches Know-how können komplizierteste Profile in verschiedenen Abmessungen und Werkstoffen ohne Werkzeugformen innerhalb kürzester Zeit hergestellt werden. Ecoma Dichtungen bereisen die Welt! Dichtungstechnik